Junge, zieh dir das rein, ah, ah, ah. Junge, zieh dir das rein. Oh nein. Bitte sagt mir nicht, dass Frank Rosin mitbekommen hat, dass wir auf seine Videos reagieren. Alright, ladies and gentlemen. Puh. Okay, was ist das hier? A Schauspielkunst von Wieland. Nein. Nein, was? Das ist ein Digger, die Simulation. Voll Bock auf so. Oh nein, jetzt kommt 1A Schauspielkunst von Wieland. Samstagmorgen, 12.30 Uhr, Solingen. Alle schläft, aber ich bin schon unterwegs. Eine gute Freundin hat mir nicht hergerufen. Und zwar... Schauen wir uns heute ein Burger-Restaurant an. Dem Betreiber geht es nicht so gut. Und wir schauen uns jetzt an, was der uns aufzutischen hat. Kommt mit, Leute. Ich war ja so drin, ey. Meint ihr, Frank Rosin weiß, dass wir sein Content... ...so slightly legal im Stream restreamen. Ich weiß nicht, ob er das auf dem Schirm hat. Der verdient kein Zitter heran. Aber ja, die Insta-Story von Thiago Couscous. Irgendwie die Dodo. Du lebst mietfrei in meinem Kopf. Du lebst mietfrei in meinem Kopf. Digga, wo hat der dieses Bild her? Auf der Rinderung ist nett, was die bleibt immer noch. Wenn du im Traum zwei Mal glaubst, krieg ich wie... Digga, ist das dumm, ey. Ist das dumm.